Ihre Mutter hat ja die Nähe zu Ihnen gesucht und ist ja auch, als sie Rentnerin war, dann nach Westdeutschland gegangen. War das auch so eine Art, also Sie haben sich auch dann regelmäßig getroffen, haben Sie auch Ihre Vergangenheit aufgearbeitet oder war das so ein Tuch darüber, über die Vergangenheit? Ja, ich war in Neumünster, in Neumünster war ich tätig als Jugendpfleger bei der Stadt Neumünster, habe in einem Jugendzentrum gewohnt, so ein Stadtteil in Gardeland und meine Mutter hatte in der Nähe eine Wohnungsdingchen, haben wir ihr vermittelt und dann wollte sie im Grunde alles so nachholen. Im Grunde genommen, wir waren dann verheiratet, meine Frau und ich, und haben da auch gelebt und wollte alles nachholen, also wir sind aufgestanden und dann sind wir weggegangen zur Arbeit und die Mutter hat alles gemacht, Betten und Kochen und das wollten wir aber nicht und so. Und von daher ist dann auch so ein distanziertes Verhältnis entstanden und wir haben zwar dann über alte Geschichten geredet, so über Familienfeier, über Cousins, ein Cousin ist von den Russen überfahren worden, die waren betrunken und haben ihn in Ostberlin überfahren, bei Grünen ist er über die Ampel gelaufen, solche Geschichten wurden so erzählt. Oder wer rübergegangen ist und wer nicht und so. Und wie die Verhältnisse waren, aber es war nie so, dass man so über das gesprochen hat. Das hat man so hingenommen, wie es war. Und wie gesagt, da war auch ein Bruch irgendwo drin zu den Eltern, dieses Wegsein und in einer anderen Familie aufwachsen. Dennoch, so sehe ich das, oder wie Sie es beschrieben haben, hat Ihre Mutter Ihnen das nie übel genommen, aber im Gegensatz zu Ihrem Vater. Ihr Vater hat sich etwas anders verhalten Ihnen gegenüber als die Mutter. Na ja, die Mutter hat immer versucht, noch so mit ihren Gefühlen so das Ganze immer wieder hinzukriegen, hat dann aber auch so sehr viel so dieses, wart mal ab, bis du eigene Kinder hast. So diese Sprüche, die ja teilweise auch wahr sind, die man aber in dem Alter nicht so als wahr empfindet, das versucht immer so hochzuhalten. Und mit dem Vater war eben diese starke Spannung. Der hatte ja meine Mutter verlassen, hatte nochmal geheiratet und hatte auch dieses Stigma, was meine Mutter immer so als Kriegsverbrecher und so. Und ich war politisch auch ganz aktiv in der linken Szene und von daher hatte ich sehr viel Widerspruch. Dann war es auch so, ich habe dann angefangen zu studieren in Kiel, 68 bis 71, das war wie gesagt diese Unruhezeit, hatte da noch keine richtige Förderung. Das war alles ein bisschen schwierig und habe dann so gelebt von, meine Pflegemutter hat mir dann alle paar Tage mal so ein Paket mit Knusten geschickt, also so Kanten, Brotkanten. Und das war so meine Lieblingsspeise, so rumknabbern da drauf stundenlang und Wasser und alles andere, das war ja da. Und meine Mutter hat immer erzählt, mein Vater hat Wertpapiere von seinem Onkel aus Holland und der hat die im Westen und so. Und dann habe ich meinen Vater angeschrieben und gefragt, kannst du mir nicht helfen, ich zahle es dir ja zurück und so. Und dann kam der Brief zurück, in dem er mich erstmal auf meine Rechtschreibfehler hingewiesen hat, die ich da so im Brief hatte und hat die Geschichte der Familie und so. Und dann hat er gesagt, nee, du musst schon sehen, wie du selber zurechtkommst und Feierabend. Und das war dann auch für mich so ein Bruch, wo ich dann gesagt habe, also jetzt ist es gut und habe dann abgeschlossen irgendwo.